Hallo Leute, ich begrüße euch auf meinem rostigen Kanal. Heute spielen wir Letter to a Friend. Ein wie es auf den ersten Eindruck aussieht, ziemlich krankes Spiel. Lieber Freund, mine is a source of painting is a joke. Sometimes will it slip, and the eyes will have a sense of light, and the mind starts to see I won't tell about it, and how it's getting stopped alone. Wer Englisch kann, der weiß um was es hier geht. Ich bin der englische Sprache leider nicht ganz so mächtig. He took you on the way from my apartment. I went to catch the last train as it's so very late. Als er versuchte den letzten Zug zu bekommen. Boah, das sieht ja mir halt übel aus. Aber ich liebe so Spiele. Wo ist nicht immer dieses, ah ein Zug. Hochgrafische Zeug sein, sondern lieber mal so ein bissl experimentelleres. Oder was meint ihr? Boah. Also psychisch labil darfst du damit sein. Ist halt schon etwas visuelles und das macht, find ich eigentlich ganz schön spart. Als ich zu früh war, sah ich mich zu früh und schaute die Nacht, weil ich warte auf den Trainern. Es war nightlight, während ich sage, dass ich mich nicht so spart. Sorry für mein Englisch, aber... und er genießt die Nacht, was weiß ich, hier die Stille der Nacht, ja. Oh, das sieht aus wie ein... Was, ey? Ein Klo verranzt ist? Kaputtes Fenster. Oh, er legt's mir raus. Hör zu. Boah. Kein Punk? Kann ich hier was machen? Nup. Wie gefallen euch so Spiele? Boah, das ist krach, krach, krach. Der Lamp, boah, warte. Als mir. While I was looking down the parking lot, I know it's strange to pass me the speedlight. I'm gonna remind of the summer family... Familiar... Sketch. Sketch, ja, das hab ich verstanden. Oh, guck, 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 guck. Da unten läuft jemand. Und was? Was geht hier noch ab, ja? Boah. Was ist denn krass? Aber geil. Also mir, mir macht Spaß. Und das ist die Hauptsache. Spaß haben. Oh, ich geh nochmal ins Bad, ich bin fast dran. Okay. Nope. Nope, please. Ach, diese Geräusche. Klasse. Ja. Ach, diese Geräusche. Halt, neust, 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 neust. Ist mir alles was zu tun. Ich guck, wenn er seine Leute zuhört. Da war so light shining through the window. Und hab's heute billig. Den hat gut gar nicht erregnissen. Also er hat ein Licht gesehen. Da an der Seite im Gebäude. Und er hat irgendeine... Eine Figur gesehen. Ah, das scheint mir das Licht zu sein. Ja. Serious? Serious? Da läuft jemand? Was geht da ab? I felt you need to wash the remaining of my hand. Als erstes er will die Farbe von seinen Händen waschen. Und dann gehen wir doch mal auf, wie so ein Toilettchen hier war. Boah, die Stimmung ist schon nicht schlecht. Nicht schlecht. Na kurz haben wir da, da war kein Handy, was kann. Gut. Also die Farbe ist verschwunden. Dann gehen wir wieder raus. Und dann gehen wir wieder raus. Hier zu! Oh! Da läuft einer! Wo läuft der hin? Hallo! Kollege! Wo bist du? So langsam wird es etwas gruselig, würde ich sagen. Oder nicht? Oder wohl oder übel? Wo ist er jetzt? Wo ist der Kollege hin? Leute, Leute, das Spiel ist verwirrend. Kann ich mich auf die Bank setzen? Nein. Wo ist er? Freund? Teicher? Geh mal zu und gehen, oder? Besser? Ist... Oh, 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 oh! Oh, viel Schuss zu mir. Kollege, deep side, deep side. Hallo? Schau auf, ich springe über das Ding. Kollege? Hallo? Hallo? Ich muss jetzt ein Fleck aus und jemand hat mir selbst das Fleck aus. Also, ich muss das Fleck aus gehabt haben und jemand hat mir das Bad zum. Das sieht aus wie ein Toilette im Baden-Zimmer. Das sieht aus wie ein Toilette im Baden-Zimmer. Geh euch schon weiter. Was macht er denn? Kollege, darf ich auf den Zug? Ich hau ab, ich hau ab, ich hau ab. Jetzt will ich ihn jetzt links rum. Ich hau ab, ich hau ab. Was macht er denn da wieder zum Zug? Kollege, ist das krank. Sehen ihr die Augen? Hilfe! Hilfe! Hilfe zum Zug! Ah! Ah! I couldn't learn to recreate the third and felt as deep. Important, actually. Sorry, the piece is in reform. What I saw can't explain, but this is sometimes not a better umbrella screw. I think the last minute I'm not felt by the recalcitory right as it's beautiful. There's more to tell it. Es gibt mehr zu erzählen. Feste Grüße. Haugahner verstehe ich. Was will ich denn vorsehen? Also was er gesehen hat, kann nicht passiert sein. Oder kann nicht real sein? Kann nicht geschehen sein? Was ist jetzt? Wo bin ich jetzt? Hallo? War's das? Oh! Was war's? Hm. Schade. Als ich schon spielgelegt habe, war das was anderes Surialles, wie selbstfisch gelogen ist. Ja. Das war ein kleines Projekt. Hat Spaß gemacht. Und im Sinne. Abonniert euch lieb. Seid nationaler. Und viele Grüße. Bis zum nächsten Mal. Auf meinem großen Kanal. Tschaui.